Als Gilgamesch aus dem Bad gestiegen war und sich die Haare gekämmt hatte, sah er so strahlend schön aus, dass sich die Göttin Ishtar in ihn verliebte. Sie stieg vom Himmel herab in sein Badezimmer und wollte ihn zum Bräutigam. Doch der stolze Gilgamesch lehnte ab. Er wollte frei sein. Daraufhin holte die zornige Göttin den mächtigen Himmelsstier zur Erde und zog ihn nach Uruk. Der Stier brachte Tod und Verwüstung über das Land. Schnaubend näherte er sich der Stadt. Er hatte das Wasser des Euphrat ausgetrunken, sodass der Wasserspiegel sank und das Land austrocknete. Er schnaubte so stark, dass sich ein riesiger Graben auftat, in den einhundert junge Männer stürzten. Als Enkidu und Gilgamesch das erfuhren, erwarteten sie den Stier vor den Toren Uruks. Enkidu packte den Stier am Schwanz, sprang auf ihn und drückte ihn zu Boden. Gilgamesch stürzte sich von vorne auf den Stier und stieß ihm den Dolch ins Genick. Er bäumte sich so hoch auf, dass er die Sonne verdeckte. Für eine kurze Zeit war es ganz, ganz dunkel. Dann flieh der Stier zu Boden. Die Erde bebte. Der gewaltige Himmelsstier war tot. Das Volk von Uruk jubelte, sie hatten auf der Stadtmauer den Kampf zugesehen. Und auch die Göttin Ishtar hatte den Kampf beobachtet. Sie fluchte. Und wurde dabei auch noch von Enkidu verhöhnt. Enkidus Spott sollte nicht ungesünd bleiben. Noch am selben Tag bekam er Fieber. Er wurde immer schwächer. Die Götter hatten beschlossen, dass er sterben sollte. Elf Tage lag er auf dem Krankenbett. Am zwölften Tag starb er. Gilgamesh weinte zum ersten Mal in seinem Leben. Er trauerte sechs Tage und sieben Nächte um Enkidu. Er riss sich die Haare aus und die Kleider vom Leib. Am siebten Tag befahl er, von Enkidu eine wunderschöne Statue anfertigen zu lassen. Aus Zedernholz, Gold, Silber und wertvollsten Edelsteinen. Er opferte Ochsen und Schafe, um die Götter gnädig zu stimmen. Sie sollten Enkidu freundlich in die Unterwelt aufnehmen. Er feierte mit den Menschen von Uruk eine Trauerzeremonie und ging danach zu seiner Mutter, um sich zu verabschieden. Er trat nämlich eine lange Reise an. Bis ans Ende der Welt. Denn er suchte das Geheimnis der Unsterblichkeit. Gilgamesh wollte nicht sterben. Verglichen mit den Reiseerlebnissen des Gilgamesh waren die Irrfahrten des Odysseus wie ein Urlaub auf dem Clubschiff Aida. Er wanderte monatelang durch trostlose Ebenen, wo er keinen Menschen traf. Nur die Steine stießen aneinander. Er hüllte sich in das Fell erlegter Tiere. Er ging Wege, die noch kein Mensch gegangen war. Er grub Brunnen, wo noch kein Mensch gegraben hatte. Er durchwanderte alle Herren Länder. Er erklommen die höchsten Berge und überquerte viele, viele Meere. Plötzlich vernahm er die Stimme des Sonnengotts. Wie weit willst du noch gehen, Gilgamesh? Das Leben, das du suchst, wirst du nicht finden. Aber Gilgamesh ging weiter. Er durchquerte das Tor der Sonne. Dazu hatte er nur zwölf Stunden Zeit. Er musste den Weg vor der Sonne schaffen. Und er schaffte es. Er durchquerte den unendlichen Ozean. Dort war die Insel der Unsterblichen. Und dazu wiederum musste er die Wasser des Todes durchkreuzen. All das schaffte Gilgamesh. Er gelangte zu Utnapishtim, einem Unsterblichen, der die Sintflut überlebt hatte. Und dieser erzählte ihm die lange Geschichte der Sintflut. Gilgamesh jedoch wollte wissen, wie er es anstellen könne, das ewige Leben zu erlangen. Utnapishtim meinte, dass Gilgamesh dazu nur sieben Nächte und sechs Tage nicht schlafen müsse. Dann könne er den Tod überwinden. Denn der Schlaf wird häufig als kleiner Tod gesehen. Und kann man diesen durchbrechen, so kann auch der große Tod durchbrochen werden. Überzeugt davon, dass er es schaffen könnte, setzte Gilgamesh sich hin. Und schlief ein. Utnapishtim und seine Frau waren ratlos, was sie jetzt tun sollten. Denn wenn sie Gilgamesh weckten, würde er bestimmt sagen, dass er gar nicht geschlafen hätte. Und so erdachten sie sich eine List. Sie buken jeden Tag ein Laib Brot. Legten es neben Gilgamesh und machten ein Zeichen an die Wand. Nach sieben Nächten dann weckten sie ihn auf. Und natürlich rief er, fast hat mich der Schlaf erwischt. Utnapishtim und seine Frau konnten jedoch am Zustand des Brotes, welches je nach Liegedauer bereits schimmlich oder zumindest hart geworden war, beweisen, wie lange Gilgamesh geschlafen hatte. Armer König Gilgamesh. Er wollte weise und gottgleich werden. Aber selbst den kleinen Tod, den Schlaf, konnte er nicht bezwingen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Heute gibt es die erste Folge, wo wir langsam aufdröseln, was denn ayurvedisch gesehen genau in deinem Körper vor sich geht. Und ja, heute geht es eigentlich auch nur darum, so ein bisschen ein Gefühl für dich zu entwickeln und zu verstehen, was dein Körper dir eigentlich sagen will, wenn es hier mal zieht und dort mal zwackt, wenn du Beschwerden hast. Und so wie sich Menschen in ayurvedische Typen einteilen lassen, so kann man das nämlich auch mit körperlichen und geistigen Beschwerden machen. Man teilt sie ein. Nach Erde, Feuer und Luft. Wichtig zu wissen ist, dass wir im Ayurveda nie die Krankheit dem Körperteil zuordnen. Also zum Beispiel, wenn du Kopfschmerzen hast, und das wirst du im Verlauf dieser Folge noch besser verstehen, was ich damit meine, wenn du also Kopfschmerzen hast, dann können diese Kopfschmerzen prinzipiell von jedem der drei Ungleichgewichte herrühren. Deswegen gucken wir uns im Ayurveda nicht nur an, okay, du hast Kopfschmerzen, sondern wir gucken uns an, was machen diese Kopfschmerzen, was ist die Qualität von diesen Kopfschmerzen und dann, dann wissen wir auch schon ein bisschen besser, was diese Kopfschmerzen ausgelöst hat. Und auch wichtig für dich zu wissen, das habe ich in Folge 2, als es um die Körpertypen ging, schon mal erwähnt, aber ich will es heute nochmal betonen, welches Ungleichgewicht du eventuell hast, also was dich krank macht, hängt nicht unbedingt damit zusammen, was für ein Körpertyp du bist. Also wenn du ein Erdlufttyp zum Beispiel bist, kannst du trotzdem ein Feuerungleichgewicht haben. Diese beiden Sachen hängen schon irgendwie zusammen, aber dazu komme ich viel, viel später in dieser Staffel und jetzt für den Moment ist es wirklich noch nicht relevant. Also in Folge 2 haben wir gesprochen über die Körpertypen, heute sprechen wir nur über Ungleichgewichte. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, denn so kannst du erst mal chillen, kannst dich heute ein bisschen von mir berieseln lassen, vielleicht anfangen innerlich schon so das ein oder andere zu sortieren und zuzuordnen. Und ja, im besten Fall bist du ja sowieso noch beschäftigt mit der Entgiftung im Alltag aus der letzten Folge. Also, lehn dich zurück und ich komme jetzt zur Einteilung der Symptome nach den drei Elementen. Eine der ersten und einfachsten Sachen und auch eine der offensichtlichsten Sachen im Ayurveda sind Schmerzen. Schmerzen teilen wir ein nach ihrer Qualität. Du erinnerst dich vielleicht noch an mein Beispiel aus der ersten Folge in dieser Staffel mit dem Arzt und den Halsschmerzen. Und was wir mit Halsschmerzen machen können, das können wir auch mit Kopfschmerzen machen, das können wir auch mit Schmerzen im kleinen Finger machen, völlig egal. Wenn du also Schmerzen hast, frag dich zuerst, wie ist die Qualität dieser Schmerzen? Ein Luftungleichgewicht wird sich immer durch stechende Schmerzen äußern, ein Feuerungleichgewicht durch brennende Schmerzen, ein Erdungleichgewicht durch dumpfe Schmerzen. Und ich glaube, dieses Beispiel mit den Kopfschmerzen ist ganz gut gewählt und auch mit den Halsschmerzen, weil das zwei Sachen sind, die jeder von uns schon mal gehabt hat und wo wahrscheinlich auch die meisten von uns schon mal erfahren haben, dass diese Schmerzen sich nicht immer gleich anfühlen. Und da ist dann auch der Unterschied zwischen dem Arzt aus Folge 1 in dieser Staffel, der einfach nur in den Hals guckt und halt sagt, naja, ist Halsschmerzen, Halsentzündung, dir ein Medikament gibt, was er auch dem Nächsten und dem Übernächsten gibt, der zu ihm kommt mit Halsschmerzen und dich wieder nach Hause schickt. Ein ayurvedischer Arzt wird das nicht so machen. Ein ayurvedischer Arzt wird noch ein paar andere Sachen abchecken, zu denen ich jetzt gleich noch komme, um sicher zu sein, dass er das richtige Ungleichgewicht festgestellt hat. Und er wird es eben dem Ungleichgewicht zuordnen. Das heißt, er wird sich deinen Hals angucken und dann wird er dich fragen, sind die Schmerzen stechend oder eher brennend oder sind sie dumpf? Dadurch kriegt er ein bisschen mehr Detailinformationen, warum du deine Halsentzündung bekommen hast oder warum du diese Kopfschmerzen hast, die du eben gerade hast. Es wird ein bisschen einfacher für ihn sein, dir Sachen zu empfehlen, die vielleicht nicht mal medikamentös sind, damit dein Ungleichgewicht weggeht. Und selbst wenn er dich medikamentös behandelt, dann wird er halt in der Lage sein, das exakt richtige Medikament für dich zu finden. Dieses ewige Ausprobieren, was wir in der Schulmedizin manchmal haben, worauf springt die Erkrankung an, worauf springt sie nicht an, das finden wir im Ayurveda dementsprechend sehr, sehr viel seltener. Ein weiteres Kriterium, um rauszufinden, in welchem Ungleichgewicht du bist, ist die Farbe. So. Die Farbe von was? Ganz einfach, von allem. Also, es gibt ja echt super viel, was Farbe haben kann, was dein Körper so hergibt. Wenn du Husten hast und Schleim aushustest oder Schnupfen oder so. Dein Stuhlgang hat eine Farbe, dein Urin hat eine Farbe, eventuell auch irgendwelche Ausschläge oder weiß der Geier was. Also, es gibt einfach super viele Sachen, die eine Farbe haben können. Und wenn wir dann da nach den drei Elementen gucken, dann stellen wir fest, dass das Luftelement meistens mit einer dunkleren Verfärbung von was auch immer, Urin zum Beispiel, einhergeht. Tendenziell eher bräunlich, schwarz, lila, bläulich. Das sind so die typischen Luftfarben, wenn irgendwas schief geht. Beim Erdelement haben wir es nicht so viel mit Farben zu tun. Wenn das Erdelement im Ungleichgewicht ist, dann wirst du eher feststellen, zum Beispiel beim Stuhlgang, dass er ein bisschen blasser aussieht als sonst, also vielleicht nicht so, ja, nicht so schön trauen, wie normalerweise. Ja, und auch weiß ist so eine klassische Erdungleichgewichtsfarbe. Also zum Beispiel bei Zungenbelegen oder so. Oder generell bei Belegen, es gibt ja auch Wundbelege. Also alles, was weiß und blass ist, ist dem Erdungleichgewicht zuzuordnen. Alles, was dunkel, bräunlich, schwarz, lila, bläulich ist, ist dem Luftungleichgewicht zuzuordnen. Und alles andere, was sehr, sehr farbintensiv ist, ist dem Feuerungleichgewicht zuzuordnen. In erster Linie natürlich Rötungen, ganz klar, es ist ja Feuer. Aber das Feuerungleichgewicht macht generell sehr gerne sehr grelle Verfärbungen. Also wenn du auf Toilette warst und du guckst dir dein Urin an und du hast das Gefühl, der wird wahrscheinlich sogar im Dunkeln leuchten, dann ist es definitiv ein Feuerungleichgewicht. Ein weiterer Faktor, den wir bei der ayurvedischen Diagnosestellung berücksichtigen, ist der Geruch von Dingen. Also von allem, was dein Körper so an Gerüchen produzieren kann. Ein Luftungleichgewicht geht meistens mit gar keiner Geruchsbildung einher. Auch bei einem Erdungleichgewicht ist es jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, also hier schlägt mir das ganz eindeutig entgegen. Aber bei einem Feuerungleichgewicht wirst du eigentlich fast immer wirklich, wirklich starke Gerüche wahrnehmen. Und ganz häufig tritt auch ein fauliger Geruch auf. Also gerade was so Stuhlgang und Urin angeht, im Feuerungleichgewicht ganz häufig, dass das wirklich, wirklich streng riecht und wie gesagt, dass das teilweise sogar richtig faulig riechen kann. So, was kommt denn noch so raus aus deinem Körper? Natürlich Urin und Stuhlgang. Und deswegen lieben wir es so sehr im Ayurveda, uns ewig mit Pipi und Kaka zu beschäftigen. Also, Urin. Im Luftungleichgewicht wird der Urin farblos sein. Also, das wird aussehen, als ob du Wasserpullerst. Und, ganz klassisch, im Luftungleichgewicht ist auch, dass die Betroffenen überhaupt Schwierigkeiten haben, gechillt zu urinieren. Also, da entsteht dann ganz schnell das Gefühl, sich erstmal konzentrieren zu müssen, bevor man überhaupt lospullern kann. Oder, ja, blockiert zu sein oder eben, ja, also, Urinieren im Luftungleichgewicht ist tendenziell eher schwierig. Beim Erdungleichgewicht äußert sich das so, dass man weniger auf Toilette muss, als normalerweise. Der Urin ist trüb, das ergibt, ja, eigentlich auch Sinn, finde ich, und hat ebenfalls kaum Farbe. Während, wie gesagt, beim Feuerungleichgewicht, der Urin grell wirkt, fast leuchtend, sehr geruchsintensiv sein kann und, ganz wichtig, es kann passieren, dass es brennt beim Wasserlassen. So, und wenn wir schon mal auf dem Klo sind, machen wir gleich weiter mit dem Stuhlgang. Im Luftungleichgewicht wird es häufig vorkommen, dass der Stuhlgang sehr unregelmäßig ist. Das hat damit zu tun, dass das Luftungleichgewicht häufig mit Trockenheit einhergeht, also, du kannst auch trockene Haut oder trockene Nägel haben oder so, aber diese Trockenheit macht es eben dem fertigen Stuhlgang relativ schwer durch den Darm zu gleiten und entspannt rausgebracht zu werden. Und was auch noch ganz typisch ist und das ist mir wirklich wichtig, dass du dir das vielleicht gut einprägst, weil das in der Regel auch das erste und das häufigste Symptom für ein Luftungleichgewicht ist und zwar Blähungen und das ergibt ja auch Sinn. Luft, Blähungen. Ja. Beim Erdungleichgewicht wirst du eventuell feststellen, dass du mehr Stuhlgang hast als sonst, dass das mit Juckreiz einhergeht am After und es kann halt sein, dass dein Stuhlgang dann so wirkt, als wäre er mit einer Schleimschicht überzogen oder das gibt es auch, dass da, wenn du dich umdrehst und in die Toilette schaust, dass da so einzelne Schleimpropfen, weiße Schleimpropfen, wir erinnern uns, Erdungleichgewicht ist immer weiß, also weiße Schleimpropfen auf deinem Häufchen sprechen für ein Erdungleichgewicht. Erdungleichgewicht. Und ja, so feurig wie der Urin ist natürlich auch der Stuhlgang im Feuerungleichgewicht. Also, die Konsistenz wird tendenziell locker bis vielleicht sogar wässrig sein, also so durchfallähnlich. Der Stuhlgang wird sehr, sehr geruchsintensiv sein. Auch hier wäre es jetzt nicht untypisch, wenn wieder so ein fauliger Geruch auch da ist. und häufig ist das Bedürfnis, auf Toilette zu gehen, dann auch unkontrollierbar. Also, wenn du im Feuerungleichgewicht bist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn du Stuhlgang haben musst und aufs Klo musst, dass du dann auch wirklich jetzt sofort gehen musst und halt nicht noch sagen kannst du, ich warte jetzt noch zehn Minuten oder so, weil der Drang einfach viel, viel zu groß ist. So, damit du noch ein bisschen ein besseres Bauchgefühl entwickeln kannst, für die Eigenschaften, die diese Ungleichgewichte so mit sich bringen, habe ich dir jetzt noch mal ein paar Punkte einfach grob zusammengefasst. Das Luftelement, habe ich ja gerade schon gesagt, ist ein Element, was kalt und trocken und unbeständig ist. Und das sind dann also auch die Schlagquote für die Symptome bei einem Luftungleichgewicht. Kalt, trocken und unbeständig. Dazu gehört zum Beispiel ein erhöhtes Kälteempfinden. Viel, viel, viel schneller zu frieren als normalerweise und ein unnatürliches, oder was heißt unnatürlich, aber ein ungewöhnlich starkes Bedürfnis nach Wärme zu haben, als es vielleicht normalerweise bei dir der Fall ist. Verstopfung und Blähungen, Schlafstörungen, Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, also generell alles, was so, wenn du das Gefühl hast, dass dein Geist irgendwie nicht so richtig funktioniert oder nicht so richtig arbeiten kann, also die Konzentration ist schlechter, klassisch wären auch Ängste, Ängste sind immer ein Zeichen für ein Luft- und Gleichgewicht, Gewichtsprobleme, also konkret Probleme damit, Gewicht zu halten oder zuzunehmen und so ganz, ganz schnelles Abnehmen ist auch klassisches Luftproblem. Benommenheit, also so ein Gefühl der Benommenheit, Krämpfe jeder Art sind auch ganz typisch für ein Luftungleichgewicht, ein unkonstanter Kreislauf, ein hohes Durstgefühl von der Trockenheit, die das Ganze mit sich bringt und ein Gefühl der Nervosität und Ruhelosigkeit, so würde ich das bezeichnen. Typische Merkmale für ein Feuerungleichgewicht ist alles, was mit Hitzeempfindung zu tun hat. Ein Feuerungleichgewicht ist häufig exzessiv in allen Richtungen, also sowohl vom Ausbruch der Symptome als auch von der Entwicklung der Erkrankung und so weiter. Ich weiß, ich habe es schon gesagt, aber ich kann es nicht oft genug erwähnen, weil das wirklich sehr markant ist, wenn nach dem Kacken das Arschloch brennt, ist es definitiv ein Feuerungleichgewicht. Außerdem äußert sich das Feuerungleichgewicht ganz häufig mit einer großen Lust nach Verausgabung der eigenen Energie, also dieses keine Grenzen kennen und immer schneller, höher weitermachen, obwohl mit ein bisschen Vernunft betrachtet man eigentlich weiß, dass man hier gerade über seine Grenzen geht. Entzündungen sind ganz, ganz typische Feuergeschichten. Unkontrollierbare Ärger und Wut und Frustration Erkrankungen, die mit Blutungen einhergehen und Eiterentwicklung, also Eiter ist auch wirklich, wirklich typisch für Feuergeschichten. Starkes Schwitzen, auch Nachtschweiß gehört damit dazu und Gewebeabbau. Das Erdungleichgewicht äußert sich durch Einlagerung jeder Art, also zum Beispiel Wassereinlagerung oder so. Also alles, was mit Festhalten zu tun hat, alles, was der Körper festhält, was raus sollte, aber nicht rauskommt, ist schon typisch Erdungleichgewicht. Schwellungen gehören zum Erdungleichgewicht. Verschleimung, egal wo, Schwierigkeiten mit dem Gewicht und zwar konkret damit, dass das Gewicht nicht runter geht oder dass es auf einmal immer, immer mehr wird. Juckreiz ist typisch und Wachstum beziehungsweise Gewebeaufbau, wo eigentlich kein Wachstum oder Gewebeaufbau sein sollte. Gewebeaufbau könnte zum Beispiel auch sein, wenn du an manchen Körperstellen plötzlich übelst viel Hornhaut bekommst oder so. Also alles, wo Körpergewebe verschwindet und das bezieht sich nicht aufs Gewicht, alles, wo man vielleicht sagen würde, dort frisst sich irgendwas rein, das ist ein klassisches Feuerding und alles, wo man sagen würde, okay, hier ist irgendwas, was eigentlich nicht hierhin gehört oder wovon ich viel zu viel habe, das ist dann ein klassisches Erd- und Gleichgewicht. Ich will nochmal auf die psychischen Symptome ein bisschen näher eingehen, weil die manchmal eher da sind als die körperlichen Symptome, weil der Geist natürlich ein bisschen leichter ist und ein bisschen wandlungsfähiger als der Körper und deswegen ist es eben oft so, dass psychische Symptome viel schneller entstehen als körperliche Symptome, weil die Entstehung von körperlichen Symptomen einfach ja noch ein bisschen mehr Energie braucht als die von psychischen Symptomen. Typische psychische Symptome für ein Luftungleichgewicht Angst und die ewige Fahrt im Gedankenkarussell, also dieses Grübeln und nicht einschlafen können und sich immer weiter Gedanken machen sowie Unkonzentriertheit bis hin zur Verwirrtheit. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du gestresst bist oder so und dann hast du deinen Schlüssel vergessen und dann findest du deine Brille nicht mehr und fragst dich, warum dein Notizblock im Kühlschrank liegt, also solche Sachen, das ist klassische Luftprobleme. Psychische Symptome beim Feuerungleichgewicht, ich habe es gerade schon mal erwähnt, ist überschäumende und fast nicht zu kontrollierende Wut, Frustration, Ärger, ausgeprägter Egoismus, pausenloses verschleudern der Energie und selbstzerstörerisches Verhalten. Meine schlauen Ayurveda-Bücher sagen, dass das auch beim Luftungleichgewicht vorkommen kann und das stimmt, wenn das Luftungleichgewicht ist ja auch sehr beweglich und ist auch manchmal ein bisschen ausufernd und so weiter. Ich persönlich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass dieses Selbstzerstörerische bei einem Feuerungleichgewicht sehr, sehr viel schneller zutage tritt und sehr viel schneller auch ersichtlich ist für einen selber und vor allem für Außenstehende. Das hat damit zu tun, dass Menschen, wenn sie ein Feuerungleichgewicht haben, eben wirklich alles exzessiv machen. Aber da komme ich gleich nochmal drauf, weil beim Feuerungleichgewicht gibt es wirklich etwas, was sehr, sehr speziell ist und was die anderen beiden Ungleichgewichte niemals mit sich bringen. Jetzt komme ich erstmal zu den psychischen Symptomen beim Erdungleichgewicht. Klassische psychische Symptome für die Erde sind Antriebslosigkeit, Pessimismus, also wirklich ein ganz, ganz stark negatives Denken und Misstrauen gegenüber allem und jedem. Du hast hundertprozentig schon mal jemanden im Erdungleichgewicht erlebt. Das sind die Leute, die dann, ja, die einfach damit rechnen, egal was du sagst, egal was du oder was sie vorhaben, es wird immer alles schlecht sein, es wird immer alles schief gehen und eigentlich lohnt es sich gar nicht anzufangen, weil sowieso alles scheiße ist. So. Und jetzt, wo wir das alles so ein bisschen peu à peu durchgegangen sind und du wahrscheinlich schon festgestellt hast, dass man echt anhand von super vielen Kleinigkeiten eigentlich schon ganz gut erkennen kann, welches Ungleichgewicht verantwortlich ist für die Probleme, die man hat, habe ich hier noch eine kleine interessante Info für dich. Ein richtig, richtig guter Ayurveda-Arzt kann sich theoretisch jedes Körperteil von dir angucken, völlig egal welches das ist und kann nur vom Angucken von einem einzelnen Körperteil feststellen, in welchem Ungleichgewicht du bist. Du kannst es sehen an der Zunge, also du hast dir die Zunge schon mal angeguckt in der letzten Folge, wo es um Ama und die ganzen Giftstoffe im Körper ging und so. Und du kannst eben anhand von deinem Zungenbelag nicht nur feststellen, ob du Ama hast und wie viel, sondern du wirst auch feststellen, wenn du deine Zunge öfter anguckst, morgens nach dem Aufstehen, dass der Belag sich ändert. Und nach den Kriterien, die ich dir gerade beschrieben habe, kannst du das dann einteilen. Du kannst dir die Farbe angucken, du kannst dir die Konsistenz angucken, also zum Beispiel ist so ein Erdzungenbelag ist halt ein super dicker weißer Belag zum Beispiel. Und jetzt komme ich noch ganz kurz zu etwas, und zwar kann man diese Sache mit dem Ungleichgewicht und den Anzeichen, die es dafür gibt, die kann man auch noch umdrehen. Es ist nämlich so, normalerweise, und jetzt komme ich gleich zu der Feuerspezialität, normalerweise ist es so, dass dein Körper und deine Intuition, wenn du ins Ungleichgewicht rutschst, egal in welches, ein ziemlich gutes Gespür dafür haben, was du jetzt brauchst, um das wieder auszugleichen. Was jeder wahrscheinlich schon mal erlebt hat, ist zum Beispiel so ein krasser Heißhunger nach irgendwas Bestimmten, der einfach auch so über drei Tage nicht nachlässt, bis man diese Sache dann gegessen hat, saure Gurken zum Beispiel oder so. Und das ist eine gute Sache, weil ja, wir hier halt wieder sehen, dass die Natur uns eigentlich schon ziemlich viel mitgegeben hat, um rauszufinden, was falsch ist mit uns und um Maßnahmen zu ergreifen, um das Ganze wieder auszubalancieren. Und so wird es zum Beispiel immer so sein, wenn du im Luftungleichgewicht bist, dass du das Bedürfnis hast, dich zu wärmen, dass du das Bedürfnis hast, nach Geborgenheit, nach Dingen, die süß schmecken, sauer oder salzig. Wenn du im Erdungleichgewicht bist, wirst du auch das Bedürfnis nach Wärme haben, aber du wirst auch zusätzlich das Bedürfnis haben, dich irgendwie zu bewegen und vielleicht auch ein bisschen mehr scharfe Sachen noch zu essen. Ja, weil die Erde ja ein bisschen behäbig ist und Bewegung und Schärfe bringen dann wieder ein bisschen Schwung in die Bude. Und jetzt kommt die Spezialität beim Feuerungleichgewicht. Beim Feuerungleichgewicht finde ich persönlich es nicht so ratsam, auf den eigenen Körper zu hören. Das Feuerungleichgewicht ist nämlich das einzige Ungleichgewicht, welches dazu führt, dass man eigentlich immer noch mehr von den Sachen machen will, die das Feuer noch schüren. Das hat damit zu tun, dass Feuer Feuer liebt und dass Feuer sich nicht regulieren lassen will. Feuer will brennen und wenn du schon mal ein Feuer gesehen hast, dann wirst du auch wissen, wenn das brennt und es findet noch mehr Materialien um sich rum, es wird sich einfach immer weiter ausbreiten, außer man gebietet ihm Einhalt. Deswegen ist das Feuerungleichgewicht meiner Meinung nach auch ein bisschen das schwierigste Ungleichgewicht, wenn man es selber behandeln will, weil man halt echt aufpassen muss, dass man sich nicht selber austrickst. Das Einzige, was beim Feuerungleichgewicht intuitiv manchmal zustande kommt, ist das Bedürfnis nach kalten Dingen. Also rauszugehen in die Kälte oder kalte Sachen zu essen oder zu trinken oder so, weil der Körper irgendwann diese überschüssige Hitze versucht runter zu regulieren. Aber wie gesagt, der Appetit und auch das Verhalten passt sich in der Regel nicht von selber an, im Gegensatz zum Luft- und dem Erdungleichgewicht. Jetzt habe ich dir genug, hoffentlich nicht allzu verwirrende Informationen gegeben und kann deswegen ganz in Ruhe übergehen zum Mantra der Woche. Das also war des Pudels Kern. Wenn du jetzt versuchst, ein bisschen deine Symptome zu sortieren und zuzuordnen, bitte achte unbedingt darauf, dass es niemals nur ein Merkmal geben kann, sondern dass du alles abklopfen musst. Schau dir an, wie deine Haut aussieht, schau dir an, wie dein Stuhlgang aussieht, schau dir an, wie es sich mit deinem Urin verhält, wie dein psychisches Befinden ist und dann guck einfach darauf, wo du die meisten Übereinstimmungen hast. Es kann durchaus vorkommen, dass du im Luftungleichgewicht bist und trotzdem ein paar Symptome eines Feuerungleichgewichts hast, zum Beispiel. Das hat damit zu tun, dass wenn ein Element im Ungleichgewicht ist, es die beiden anderen auch immer ein bisschen in Mitleidenschaft zieht. Hier geht es also darum, nicht rauszufiltern, von welchem Element oder von welchem überschießenden Element du jetzt konkret die Merkmale hast, sondern von welchem der drei Elemente die meisten Merkmale für ein Ungleichgewicht zutreffend sind. Am Anfang ist das mit den drei Elementen manchmal ein bisschen undurchsichtig und ich erlebe das ziemlich häufig, dass die Leute verwechseln, was ist mein Grundtyp, also das, was wir in der vorletzten Folge, in der zweiten Folge dieser Staffel besprochen haben, und was ist ein Ungleichgewicht. Wenn dir das auch so geht, wenn du ein bisschen verunsichert bist und ein bisschen konfusiert, mach dir keine Sorgen, wir sind jetzt erst bei der vierten Folge. Ab der nächsten Folge komme ich dann nämlich dazu, wie du diese Sachen auflösen kannst und was dir das überhaupt bringt, was du jetzt alles erfahren hast in den letzten Folgen von mir. Denn dann widmen wir uns den genau passenden Brüsselstücken für jedes Ungleichgewicht, um es effektiv aufzulösen und vor allem um das im Alltag gut in die Reihe zu kriegen. Bis dahin wünsche ich dir wieder viel Spaß beim Analysieren und falls irgendwas wirklich unverständlich war, dann würde ich dich echt bitten, mir eine Rückmeldung zu geben. Du kannst mir eine E-Mail schreiben auf meiner Webseite, du kannst mich auf Facebook anschreiben, du kannst mich auf Instagram anschreiben, völlig egal wo, nur wenn Unklarheiten gibt, dann habe ich die Möglichkeit, die in der nächsten Folge nochmal mit aufzugreifen. Genieß den Frühling und falls du in den letzten zwei Wochen schon etwas aus der letzten Folge angefangen hast umzusetzen, mach weiter so. Deine Susi da fr und da d Untertitelung des ZDF, 2020